ZWEITAKBUTE 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 Grüßt euch ihr ZWEITAKBUTE Grüßt euch ihr ZWEITAKBUTE Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Wir sind wieder beim Starprojekt Heute werden die restlichen Sachen erledigt Lampe, Sitzbank Kindersitz und die restlichen Schrauben nachziehen Hier oben Armaturen alles nachziehen Ja, da nehme ich euch jetzt mal mit So, da fangen wir mal an mit der Sitzbank ZEK Passt Erstmal das Schloss einbauen Danach nehme ich den Lampenring aus ZWEITAKBUTE 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 Als nächstes holen wir Lampenhalterung raus Da mein Scheinwerfer hier Punkte hat die hier stören werden wir die jetzt entfernen dass das alles passt So Ich habe hier so Nippel Damit wird das gehalten Aber wenn man das hier einfügt, stört das Das sitzt das nicht bündig Jetzt habe ich mir das markiert Das werde ich jetzt rausschneiden und dann zähle ich das Punkt zu dir an ZWEITAKBUTE 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 So, so, so. das passt jetzt wunderbar hier oben sind die ecken die ich rausgeflext habe wunderbar angesteckt kabellage rein das einzige was noch rein muss das ist der blinkgeber den habe ich jetzt noch nicht ring dran und später kommt dann noch ein gitter davor aber was es wird seid gespannt so wie kommt der ring dran ihr habt eine kleinere seite und die oben eine größere kleinere seite kommt nach unten die größere nach oben und dann eigentlich nur festschrauben später kommt ja halt noch das gitter davor so jetzt gehen wir hoch an die armatur so als nächstes werde ich jetzt den bremsenlichtschalter verbauen da habe ich eben gerade selber gebaut werde jetzt drüben einbauen muss er zu den bolzen noch mal ziehen und dann aber die bremsenlichtschalter verbaut habe ich eben gerade selber gebaut die bremse einhängen dann gehen wir hinten an die elektrik da ich jetzt öfters mal gefragt wurde wo max ist ob der nicht mehr mitmacht oder ob irgendwas passiert ist max hatte eine op am fuß das ist aber also man wusste es dass es gemacht werden muss das war geplant er macht quasi jetzt von zu hause die anderen sachen teile die man braucht oder nicht braucht halt andere planung ja und wenn es dann doch gut ist spätestens so thema in halle da werden wir auch da sein wir sind diejenigen mit dem rollstuhl und dann müssen wir gucken spätestens nächstes jahr ist er dann wieder fit dass er nicht laufen kann genau also für alle die dies wissen wollten max ist noch dabei wurde nur operiert ihr könnt aber mal unten in die kommentare schreiben hashtag hobbitfuß na gut weiter geht jetzt habe ich hier den bremsenschalter montiert das quasi hier das blech was ich gebaut habe da unten wird das mit reingehakt funktioniert abgeschnitten habe ich jetzt nichts weil ich mich um entscheide und mal wieder hinten eine bremser einbauen genau batterie jetzt habe ich das alles hier runtergeführt das sind jetzt die kabel das habe ich mit dem stecker jetzt alles verbunden funktioniert diese woche war es da wird alles montiert wirklich alles gemacht jetzt nur noch die unterkonstruktion für den kindersitz bauen genau warten dass die räder kommen die werden dann noch gespeicht aufgezogen zentriert eingebaut dann werden wir halt die ganze teile noch säubern und dann können wir unsere erste testfahrt machen genau so bis dahin ich hoffe euch hat es gefallen das ist nicht so aufreichend bei der elektrik da nehme ich euch nicht so tief mit rein weil ich mich selber nicht komplett auskenne das stecker das ist irgendwo easy gewesen genau da ist ja nichts war sehen wir da wieder starr läuft aber noch fehler hat genau und dann geht es an so ein projekt da habe ich persönlich richtig bock drauf wenn das betrifft das duo dafür ist der hänger und da wollen wir was schweißen ich weiß großes vor für die kumpels für uns für ausflüge wenn wir uns vielleicht irgendwo bei einer ausfahrt treffen und ihr seht das teil dann kommt vorbei da gibt es was leckeres genau bis dahin halt die ordentliche helfe lasst euch nicht erwischen macht nicht zu viel blödsinn tschüss bei Mag обязảmishes bis dahin 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017